Hallo, heute befinde ich mich im Antiktheater Philippopoulos. Das Antiktheater in Plovdiv ist einer der aufbewahrten Theater auf der ganzen Welt. Die Bühne ist auf drei Etagen gebaut, hier wird es sehen, aber heute sind nur zwei aufbewahrt. Früher gab es Platz für 5000 Zuschauer, aber heute können nur 3000 Leute Vorstellungen und Konzerte genießen. Die Sitzplätze sind aus weißem Ramon gebaut und die Aussicht von hier ist nach Süden, zum Rodopi-Gebirge.